Aufgrund strategischer Stimulanz könnte sich Manfred in einen, naja, du irritierst mich so, wenn du mir so tief in die Augen schaffst. Man gebe mir ein Telefon. Eine aufsehnerregende Dokumentation, die wir neulich im Aufräumen beim Keller gefunden haben. Der Rest war klasse. Mir ist gerade der Bart vorbeigefallen. Wie der Ruhstherr sogar. Augenblick.